Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video und zwar gibt es heute die Smarties Fontäne von Röder. Ihr kennt ja sicher den Smarties Effekt, zum Beispiel aus der Laser vom Lidl. Und deshalb freut es mich umso mehr, dass es jetzt nochmal so eine Smarties Fontäne gibt vom weiteren Hersteller. NEM haben wir hier 200 Gramm und ja, ich würde sagen, wir zünden das halt einfach mal. Viel Spaß. Was soll ich sagen? Sag einfach so und jetzt die Smarties Fontäne von Röder Feuerwerk. Von Röder Feuerwerk. Sehr schön, gut. Ah ja, einfach da hin. Warte. Ja. Das Ding ist cool. Das war's schon. Das ist schon ein krasses Pfeil. Oh, ne, doch nicht. Es geht weiter. Viele, viele bunte Smarties. Vielen Dank.